Hallo, ich bin Sina Wenning von der Region Hannover. Normalerweise würden wir jetzt zum Stadtradeln ganz viele gemeinsame Touren für euch anbieten und auch darüber hinaus. Das geht dieses Jahr wegen Corona ja leider nicht. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt und zwar stellen wir jetzt hier jede Woche eine Tour der Woche vor und zwar auch noch nach dem Stadtradeln, also bis zum Ende der Sommerferien. Alle unsere Touren der Woche sind unter unserer BikeCitizens Navigations App abrufbar. Unsere erste Tour der Woche ist eine ganz besondere, nämlich die Stadtradeln Rätselrallye. Die geht ca. 25 Kilometer rund um Hannover auf großen Teilen auf dem Julius-Trip-Ring. Es gibt 15 Rätselstationen, auf denen es viel zu entdecken, erleben und gewinnen gibt. Wir befinden uns hier bei einer der Stationen, dem Leibniz-Tempel im Georgengarten. Wir befinden uns hier bei einem Tag. 15 Rätsel whatts ein? Wir befinden uns hier bei einer der umgebreite oder eine der W-Bayern-Marie. Wir befinden uns hier bei einer der KMG-TEPR in Deutschland, die in der Flamunk, der wir befinden uns hier bei einer der Uni und zur perturbationen, dem Leibniz-Triteln, der sich bei einer der Uni und zur nächsten Schmerzen. Wir sind bei der begehbaren Skulptur von Volker Gerhardt, bestens geeignet zum Fangenspielen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!